Musik Nicht umsonst wird Umbrien das grüne Herz Italiens genannt. Sanfte Hügel begleiten das abwechslungsreiche Panorama dieser naturbelassenen Gegend. Alles scheint hier dem Menschen seinem Wunsch nach Ruhe, Mystizismus und Friedengerecht werden zu wollen. Dass nun gerade hier einer der größten Heiligen des Christentums zur Welt kam und wirkte, verwundert daher nicht. Dank des Heiligen Franz oder Franziskus, San Francesco, ist Assisi weltweit bekannt geworden. Die Stadt war bis hin zur Eroberung der Römer etruskisch. Ein Zeugnis der römischen Zeit stellt der Minerva-Tempel aus dem ersten Jahrhundert dar. Wir befinden uns im Jahre 1000 und Assisi, das zuerst giebellinisch und dann päpstlich guelfisch war, kämpft verbittert gegen das naheliegende Perugia. Sogar der heilige Franziskus, Sohn eines reichen Stoffhändlers, nahm an diesen Schlachten teil. Franziskus war in seiner Jugend eher Abenteuern als seiner zukünftigen Mission des Friedens und der Liebe zugetan. Vieles erinnert an diese Zeit, wie zum Beispiel die stattliche Hochburg Roca Maggiore, die das Städtchen dominiert. Und die vielen Kirchen, St. Peter, San Pietro, dessen romanische Fassade auch gotische Einflüsse aufweist. Die barocke Chiesa Nova, die neben Franz Elternhaus liegt. Und die Kirche Santa Maria Maggiore, die erste Kirche Assisis, die auf den Resten einer frühchristlichen Kirche erbaut wurde. 1206 kam die Wende. Eine aus dem Kreuzen der kleinen Kirche San Damiano kommende Stimme bewirkte in Franziskus die Bekehrung, die ihn zu einer der berühmtesten religiösen Figuren werden lässt. Die Kirche San Damiano Heute noch erinnert vieles in der Stadt an das Leben des Heiligen. Il Santuario di Rivotorto, das Rivotorto Heiligtum. Eine Wallfahrtskirche, wo noch heute die einfachen Liegestätten der Ordensbruder zu sehen sind. Lermo delle Carceri, ein wundervoll ruhiger Ort, wo der Heilige sich gerne hin zurückzog. Hier existiert heute noch die Eiche, an der Franziskus zu den Vögeln gebetet hatte. Und die Portiuncola, eine kleine Kirche, die heute Teil der großen Basilika Santa Maria degli Angelis ist. Hier wurde der Franziskanerorden gegründet und hier starb Franziskus im Jahre 1226. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die monumentale Basilika Santa Maria degli Angelis, die ihm wenige Jahre nach seinem Tod gewidmet wurde, stellt nicht nur eines der bedeutendsten Gotteshäuser der Christenheit dar, sondern ist auch ein Museum mit außergewöhnlichen Kunstschätzen. Musik 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 Der Komplex besteht aus zwei übereinanderliegenden Kirchen. Die untere, kleiner und mystisch, verwahrt die sterblichen Überreste des Heiligen und ist mit wunderschönen Fresken von Giotto, Cimabue, Simone Martini und vielen anderen versehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Platz des 4. November, der im etruskisch-römischen Teil der Stadt liegt und von eleganten mittelalterlichen Gebäuden dominiert wird, wie der Palazzo dei Priori, der Gouverneurpalast, die Kathedrale und der Brunnen Fontana Maggiore. Bis zum nächsten Mal. Aber Perugia ist auch eine junge und moderne Stadt, denn hier besuchen Studenten aus aller Welt die Universität für Ausländer, l'Università per Stranieri. Fahren wir nun in das Herz der Region, wo wir auf ein weiteres kleines Schmuckstück treffen, Spello. Spello besitzt die meisten römischen Relikte der Region. Schon die Inschrift auf dem Torbogen, der uns in die Altstadt führt, ruft das große Kaiserreich wieder ins Gedächtnis zurück. Etwas weiter entfernt befindet sich die stattliche Porta Consolare, der antike Eingang der Stadt aus dem 1. Jahrhundert vor Christus. Die Via Consolare hinaufgehend, kann man den Reiz dieses Örtchens besonders gut bewundern. Die schönen Steine des sogenannten Subasio-Berges, aus denen Spello erbaut wurde, verleihen dieser Stadt Einheitlichkeit und Eleganz. Wir gelangen zur Kirche Santa Maria Maggiore aus dem 12. Jahrhundert mit ihrem schönen romanischen Glockenturm. Im Inneren sticht unter diversen interessanten Werken vor allem die Baglioni-Kapelle heraus, die 1501 von Pinturicchio mit Fresken ausgemalt wurde. Hier wird unter anderem die Verkündigung, die Geburt Jesus und der Streit der Gelehrten dargestellt. Eine andere schöne Kirche der Stadt ist die von Sant'Andrea aus dem 13. Jahrhundert. Im Inneren befindet sich ein wundervolles Gemälde von Pinturicchio aus dem Jahre 1508, die eine Madonna mit Heiligen darstellt. Auf dem Hauptaltar steht ein großes Kreuz umbrischer Schule. Weitere interessante Fresken ergänzen das Gesamtbild. In Olivenhainen eingebettet liegt Narni hoch oben an einem Felsen. Rundherum fließt der Fluss Nera durch die wunderschöne umbrische Gegend. Narni ist schon immer ein recht reges Städtchen gewesen. Der antike umbrische Ort Nequinum wurde 299 v. Chr. von den Römern erobert. Die daraufhin entstandene Kolonie Narnia diente den Römern als Brücke, um in den Rest der Region einbringen zu können. Heute ist Narnia ein liebliches mittelalterliches Städtchen, das reich an wertvollen künstlerischen Zeugnissen ist. Auf dem Piazza dei Priori steht der Gouverneurpalast. Seitlich davon befindet sich ein hoher Glockenturm und eine kleine Rednerbühne, von der aus im Mittelalter die Dikte gelesen wurden. Der Palazzo dei Priori, der Gouverneurpalast, besitzt eine großartige Lodgia aus dem 14. Jahrhundert, die Gattapone zugeschrieben wird. Gegenüber ein weiteres stattliches Gebäude, Il Palazzo del Podestà, einst Wohnhaus des Bürgermeisters, ist es heute das Gemeindeamt. Im Zentrum des Städtchens befindet sich die Piazza Garibaldi. Diese wurde ehemals Piazza del Lago, Platz des Sees genannt, weil sich in der Mitte eine große Zisterne aus der Römerzeit befindet. Auf dem Platz ragt der romanisch-gotische Dom aus dem 11. und 12. Jahrhundert empor. Er wurde dem Bischof von Narni, San Giovenale, im 4. Jahrhundert gewidmet und ist im Jahre 1145 von Eugenio eingeweiht worden. Er ist in romanischem Stil erbaut und hat eine elegante Vorhalle aus dem späten 15. Jahrhundert, die mit eleganten Renaissance-Friesen verziert ist. Sein dreistiffiges Inneres ist reich an Kunstwerken, Sarkophagen, Holzstatuen, Mosaiken und bedeutenden Fresken aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Sarkophagen, Holzstatuen, Mosaiken Noch viele andere Orte tragen zum Mythos dieser Region bei, die uns immer wieder ins Staunen versetzt. Hier befinden wir uns in Ovieto, das an einer Tuffstein-Felsspitze liegt und sich wie eine Insel aus der weiten Ebene erhebt. Eine moderne und bequeme Seilbahn fährt uns in wenigen Minuten in die Altstadt hoch. Die Stadt offenbart sich vorwiegend in mittelalterlichen und Renaissance-Stil, aber man findet auch Spuren noch frühere Epochen. Um einen schönen Überblick über diese besondere Stadt zu bekommen, klettern wir auf den 42 Meter hohen Turm, den Torre del Morro. Der riesige Felsen mit seinen steilen, unwegsamen Wänden verleiht dieser Stadt eine perfekte Form. Eine große Stadtmauer war überflüssig, denn dank dieses Felsens war die Stadt praktisch uneinnehmbar. Hinter den antiken Gebäuden ragen elegante Monumente hervor, feierliche Zeugen geschichtsträchtiger Vergangenheit. So zum Beispiel der Palazzo del Popolo aus dem 13. Jahrhundert, der einst ein bedeutendes öffentliches Gebäude war und heute noch in seinem Inneren Reste des ursprünglichen Baues verwahrt. Ein besonders schöner Stadtspaziergang ist der zur Festung La Rocca hin, die Kardinal Albornoz 1364 errichten ließ. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes an den Tuffsteinfelsen gefesselt und war somit schon immer natürlich geschützt. Aufgrund dieser Sicherheit haben viele Päpste Orvieto zu ihrem Sommersitz auserkoren. Der berühmteste Teil der Stadt ist jedoch sicher der Dom, eines der besten Beispiele romanisch-gotischer Architektur in Italien. Seine herrliche Fassade ist über mehrere Jahrhunderte hinweg von den größten Künstlern geschaffen worden. Sie löst in dem Betrachter tiefe Gefühle aus und ist die beste Lektion in Kunst und Kulturgeschichte, die man sich vorstellen kann. Im Inneren raubt einem die Architektur, die wundervollen Freskenmalereien und die feierliche Schönheit des Ambiente wortwörtlich den Atem. Untertitelung des ZDF, 2020 Zuletzt geht's nun zu der beeindruckenden Kapelle von Sambrizio mit dem Freskenzyklus über das Weltende, begonnen von Beato Angelico und zu Ende geführt von Luca Signorelli. Dieses Werk mit der Ausdruckskraft seiner Bilder stellt ein höchstes Kunstzeugnis dar und macht seiner Stadt aller Ehre. Zuletzt geht's nun zu der beeindruckenden Kapelle von Sambrizio. Zuletzt geht's nun zu der beeindruckenden Kapelle von Sambrizio. Zuletzt geht's nun zu der beeindruckenden Kapelle von Sambrizio. Zuletzt geht's nun zu der beeindruckende Kapelle von Sambrizio. Untertitelung des ZDF, 2020 Das erste, was dem Besuch aus Boletus ins Auge fällt, ist die Festung, die vor kurzem restauriert wurde. Eine große Brücke aus dem 12. Jahrhundert verbindet die Festung mit Montelucco und versorgte die Stadt mit Wasser. Die Festung wurde nach einem Projekt von Gattapone Mitte des 13. Jahrhunderts von Kardinal Albornoz erbaut und war Wohnsitz der Mitarbeiter des Papstes. Viele Päpste waren hier zu Besuch. Hier sehen wir das Theater. Ein herrliches Zeugnis der römischen Kaiserzeit. Und dort der Drusenbogen, Larco di Druso, der im ersten Jahrhundert nach Christus als stattlicher Eingang zum antiken Forum erbaut wurde. Und hier sehen wir die Piazza Mercato, den Marktplatz, das pulsierende Zentrum der Stadt. Im Hintergrund wird der Platz von einem 1746 erbauten Brunnen, La Fontana di Piazza, abgeschlossen. Hier nun ist San Domenico, mit dessen Bau Mitte des 13. Jahrhunderts begonnen wurde. Ihre karge und einfache Fassade steht im Kontrast mit der feierlichen Schönheit des Inneren, welches reich an Statuen, Skulpturen und Fresken aus dem 14. und 15. Jahrhundert ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Zuletzt nun das berühmteste Bild Spoletos, der Dom. Dieser stellt ein herrliches Beispiel romanischer Kunst dar. Er dient seit Jahrzehnten als spektakulärer Hintergrund des Festival dei Duemondi, eine Kulturveranstaltung, die Spoleto weltberühmt gemacht hat. In romanischem Stil im 12. Jahrhundert erbaut, zeigt er uns eine herrliche Fassade, die von der schönen byzantinischen Darstellung des Christus auf dem Throm dominiert wird. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Im Inneren befinden sich wunderbare Kunstwerke berühmter Meister, wie Bernini, Pinturicchio, Filippo Lippi und Hannibale Caracci. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Umgeben von einer Stadtmauer aus dem 14. Jahrhundert, liegt Nordscha wie ein Amphitheater zwischen Bergen und Wäldern. Mit dem Namen der Stadt verbindet man auch gastronomische Köstlichkeiten, wie Wurstwaren und Trüffel. Das Wichtigste der Stadt ist jedoch ihr Reichtum an Geschichte und Mystizismus. Hier kamen 1480 die Zwillinge Benedikt und Scholastica zur Welt. Das Leben dieser berühmten Zwillinge kann der Besucher heute noch gut verfolgen. Die Botschaft des heiligen Benedikts, Beten und Arbeiten, wurde über Jahrhunderte hinweg bis heute weitergegeben und stellt einen wichtigen Teil der christlichen Kultur dar. Das Stadtzentrum ist ein diesem Heiligen gewidmeter Platz und wird von einer gotischen Basilika aus dem Jahre 1200 dominiert. Neben der Kirche steht der Palazzo Kommunale mit seinen Arkaden aus dem 13. Jahrhundert und den vielen Kunstobjekten. Der Platz ist eingeschlossen von der Rocka, der Festung auch Castellina genannt, die 1554 von Vignola erbaut wurde. Eine andere Besonderheit stellt die Kalkstein-Edicola von Vanni Tuzzi aus dem Jahre 1354 dar. Weitere interessante Kirchen sind zum einen die St. Franziskuskirche aus dem 14. Jahrhundert mit ihrer schönen Rosette an der Vorderseite und den wertvollen Seitenportalen und andererseits die gotische St. Augustuskirche aus dem 13. Jahrhundert mit spitzbügigem Portal und schönen Fresken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir begeben uns nun in den südlicheren Teil der Region und besuchen das eindrucksvolle Städtchen Amelia. Die strategische Bedeutung dieser Stadt ist heute noch an der mächtigen Stadtmauer erkennbar. Sie ist aus riesigen, meisterhaft übereinander gesetzten Steinblöcken gebaut und bildet einen optimalen Schutzwall. Das besterhaltenste der vier Stadttore ist das stattlich elegante Porta Romana Tor, das im 16. Jahrhundert restauriert wurde. Musik An den Straßen, die die Stadt durchziehen, befinden sich Gebäude aus verschiedenen Epochen, die dieser Wohngegend eine alte, ehrwürdige Atmosphäre verleihen. Musik Dies ist die schöne Kirche San Francesco, Kirche des Heiligen Franziskus, mit einem wunderschönen Kreuzgang aus dem 16. Jahrhundert. Der geräumige, kreuzförmige Innenraum wurde 1767 restauriert. Musik 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 Auch die Kirche Sant'Agostino ist aus dem 14. Jahrhundert und wunderschön. Sie besitzt eine wertvolle romanisch-gotische Fassade und der Innenraum, der im Jahre 1747 in spätbarocken Formen neu gestaltet wurde, ist reich an Fresken. Die bedeutendste Kirche der Stadt ist selbstverständlich der Dom. Er ist oberhalb der Wohngegend im 11. und 12. Jahrhundert auf antiken romanischen Fundamenten erbaut worden. Ein Zeugnis für diese ist der noch erhaltene stattliche zwölfeckige Turm, Torre Civica. Das Innere ist wirklich großartig. Der Dom besteht aus einem einzigen Schiff und hat zehn Kapellen, worin sich unzählige Meisterwerke der Kunst befinden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Von Amelia fahren wir nun an der antiken Via Merina entlang durch wunderschöne Landschaften, die Frieden und Schönheit vermitteln. Unser nächstes Ziel ist Luniano in Teverina. Mitten in einem grünen Tal gelegen war dieses Dorf einst Sitz adliger Familien, die diesem Ort besondere Eleganz verliehen. Luniano in Teverina wurde 600 n. Chr. gegründet und bekam im 15. Jahrhundert den Status einer freien Stadt verliehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Hauptattraktion der Stadt ist die Kirche Santa Maria Assunta Collegiata, die eines der bedeutendsten romanischen Gebäude der gesamten Region ist. Die Kirche wurde in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts erbaut und weist eine wunderschöne Fassade auf. 1230 wurde an dieser Fassade eine Vorhalle mit vier Säulen und eine Rosette umgeben von den Symbolen der vier Evangelisten angebaut. Das kreuzförmige Innere besteht aus drei Schiffen, die durch vier Säulen mit dekorativen Kapitellen getrennt sind. Das herrliche Bodenmosaik, ein sogenanntes Kosmatmosaik, besteht aus weißem, grünem und rotem Marmor. Die drei Farben symbolisieren die drei theologischen Tugenden. Unter den vielen Werken ist ein Kruzifix besonders bewundernswert. Es handelt sich um eine Freske umbrisch-giottischer Schule aus dem 12. Jahrhundert. Weitere Werke sind die Enthauptung Johannes des Täufers von Livio Agresti und das Triptychon von Nicolò di Liberatore, das die Schutzpatronen der Stadt Assunta darstellt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenige Kilometer von Lugiano entfernt liegt ein herrschaftliches Schloss, das uns in das Mittelalter versetzt. Wir befinden uns in Alviano, Heimat des berühmten Feldherrn Bartolomeus. Dieser ließ die alte Festung zu einem der schönsten Schlösser Umbriens umwandeln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Schloss ist vor kurzem restauriert worden und bietet viele Sehenswürdigkeiten, wie beispielsweise der schöne viereckige Hof und die St. Franziskuskapelle, deren Fresken Leben und Wunder des Heiligen darstellen. Das Museum über die bäuerlichen Lebensgewohnheiten, Il Museo della Cività Contadina, befindet sich in einem der großen Seele im Kellergeschoss und erinnert uns an die gute alte Zeit. Bevor wir Alviano verlassen, sollten wir einen Spaziergang durch die Gassen dieses mittelalterlichen Dorfes machen. Alviano bietet uns in seiner schönen, intakten Umgebung einen wundervollen Blick über die herrliche Talebene. Wir verlassen nun diese bezaubernde Gegend und begeben uns nach Tordi. Tordi liegt in einer lieblichen, fruchtbaren Umgebung. Alles lädt zu einem friedlichen Aufenthalt ein. Das körperliche und geistige Wohlergehen ist uns hier gesichert. Tordi wurde vor einigen Jahren auf eine amerikanische Umfrage hin, sogar als die Stadt der Welt erklärt, in der es sich am besten lebt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Am Rande der Stadt erhebt sich eines der bekanntesten Monumente der Stadt. Die Wallfahrtskirche, Santa Maria della Consolazione aus dem 14. Jahrhundert, die ein Hauptwerk der Renaissance ist. Die Kirche wird Bramante zugeschrieben. Anlass zur Erbauung war auch hier wie so häufig ein angeblich plötzlich wundertätig gewordenes Marienbild. Dieses Bildnis wurde im 14. Jahrhundert geschaffen und ist auch heute noch im Inneren der Kirche zu bewundern. Im Herzen der Stadt liegt der Platz Piazza del Popolo. Musik 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 Auf der einen Seite dominiert ihn die stattliche Fassade des Doms, auf den anderen Seiten ist er von drei öffentlichen Gebäuden eingeschlossen. Mit dem Bau des Doms wurde im 12. Jahrhundert begonnen. Musik 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 Sein Inneres ist reich an Kunstwerken, wie zum Beispiel das große Fresko von Pharao da Faenza aus dem 16. Jahrhundert, das das jüngste Gericht darstellt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Eine weitere Kirche der Stadt ist die Kirche San Fortunato aus dem 12. Jahrhundert Mit den sterblichen Überresten von Fra Jacopone Fra Jacopone war ein hier geborener Ordensbruder, der auf originelle und bedeutsame Art 1200 zur ersten sogenannten Vulgär-Dichtung, also nicht mehr in lateinischer Sprache, sondern in der gesprochenen italienischen Sprache, beitrug. Musik 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 Das Schaffen von Fra Jacopone da Tordi stellt für uns das letzte Zeugnis dieser magischen und faszinierenden, dominierenden Region Italiens dar. Ein Besuch in Umbrien kann uns viel von der großartigen langen Geschichte ganz Italiens erzählen. Einen Augenblick lang ist man tief davon überzeugt, man sei Augenzeuge der italienischen Geschichte. Musik